Hallo, ich bin Anne Müller von der Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe. Wenn ich gefragt werde, ob ein Privatkredit in diesen Tagen Sinn macht, dann sage ich gleich dreimal Ja. Denn dank günstiger Kondition, flexibler Raten und schneller Verfügbarkeit können Ihre Träume schon bald wahr werden. Ein neues Auto, ein schöneres Wohnzimmer oder die lang ersehnte Urlaubsreise? Warten Sie nicht länger und erfüllen Sie sich jetzt Ihre Wünsche mit einem Privatkredit der Volksbanken Raiffeisenbanken. Ihre Wünsche sind unser Antrieb. Vereinbaren Sie gleich bei mir oder bei meinen Kollegen einen Termin und lassen Sie sich persönlich beraten. Volksbanken Raiffeisenbanken – wir machen den Weg frei.